Ich bin derjenige, der es hier richtig macht. Jo Leute, was geht ab und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute wieder in der Online-Meisterschaft zusammen mit Kenny und ja, wir versuchen natürlich wieder ein gutes Ergebnis rauszufahren. Allerdings, Qualifying haben wir schon gemacht. Kenny ist rausgeflogen aus der Session und ja, deshalb fangen wir direkt mit dem Rennen an. Äh, Einführungsrund. Beschwärt euch bei Alfa Romeo. Jetzt mal, Alter ab als N confident. Day 9 No score vehicles Day 9 Day 9 After 2 Bet群 ja danke schön ja genau stop and go strafe ja wegen ja genau magnus du bist selber schuld magnussen so pc auch gerade seit mit 1 er ist richtig fertig hat noch unsauberer nein er faltet unsauber ich bin ich bin derjenige der es hier richtig macht hat mich auch gerade fast gedreht dank science ja geil danke schön dass du so langsam was hat mich gerade deswegen fast gedreht und jetzt bin ich wieder kein der es auf portas super nice nice dicker einfach nur nice okay cool 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss.